Musik Ja, sehr geehrter Herr Dabrock, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Familie Heinrich von Wolfgang Heinrich, von Frau Heinrich, lieber Herr Stückemann, lieber Herr Noske, liebe Frau Noske, ich freue mich sehr, also ich freue mich wirklich sehr, dass die Sparkasse hier diese Ausstellung ermöglicht hat. Herr Dabrock, Sie haben hier das Licht der Sparkasse, ich könnte fast sagen, typisch lippisch, etwas zu tief unter den Scheffel gestellt. Ihnen ist es natürlich auch zu verdanken, dass wir hier diese schöne Ausstellung haben können, in Kooperation natürlich mit der Stiftung Wolfgang Heinrich, mit Herrn Stückemann, mit Herrn Noske. Also ich finde das ein schönes Zeichen der Anerkennung, was auch Sie dem Künstler Heinrich geben. Auch dafür möchte ich mich nochmal im Namen des Landesverbandes ganz herzlich bedanken. Herzlichen Dank. Ich finde, es gibt keinen schöneren Anlass zu einem 90. Geburtstag, so viele zahlreiche Gäste und Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde zu haben. Ich freue mich, dass auch der Bürgermeister der Stadt Bad Zersuchlin bei uns ist, um zu gratulieren. Ich finde, es ist ein wunderschöner Anlass und ich bin natürlich auch stolz, dass der Landesverband Lippe ein langjähriger Wegbegleiter von Wolfgang Heinrich ist. Ich leider nicht in Person. Die Zeit sind ungefähr sechseinhalb Jahre, dass ich Herrn Heinrich, seine Frau, kennengelernt habe. Aber ich kann nur sagen, dass es von Anfang an eine sehr freundschaftliche, herzliche Beziehung war. Nicht nur über die Bilder, sondern auch die Personen. Wolfgang Heinrich, seine Ehefrau, seine liebenswürdige Ehefrau. Ich finde, da haben Sie gleich Menschen, die Sie ins Herz schließen können. Und so ist es mir zumindest gegangen. Aber ich kann auch eine persönliche Sichtweise zum Werk von Wolfgang Heinrich sagen. Der Landesverband Lippe ist ja stolzer Besitzer zahlreicher Werke. Und auch da kann ich nur noch mal herzlichen Dank an meine Vorgänger, aber auch an Ralf Nosske sagen, dass er dafür gesorgt hat, dass wir stolze Besitzer von Werken von Wolfgang Heinrich sind. Herzlichen Dank dafür. Neben dem Landesverband Lippe gibt es natürlich auch zahlreiche Werke im Eigentum der Stiftung. Das ist schön, dass wir frühzeitig eine Wolfgang Heinrich Stiftung hier in Lippe ins Leben gerufen haben. Sie haben es ja gesagt, Herr Dabrock, Herr Heinrich wohnt zwar nicht in Lippe, aber im Herzen, Herr Dabrock, ist er Lipper. Davon bin ich sehr überzeugt, weil keiner kann Lippe so malen, wenn er nicht von dieser Region von Lippe überzeugt ist. Und ich bin mir sicher, dass Sie Lipperinnen und ein Lipper im Herzen sind, liebe Familie Heinrich. Ja, lassen Sie mich noch ein bisschen zurückblicken auf die Zeit mit Wolfgang Heinrich aus der Perspektive des Landesverbandes Lippe. Ich meine, aus der Perspektive von Wolfgang Heinrich können wir nur sagen, es ist ein langes, erfülltes Leben. Und wer Wolfgang Heinrich und Sie, liebe Frau Heinrich, ein bisschen besser kennt, der merkt, dass die Kunst das Lebenselixier war, der Lebensmittelpunkt ist. Und ich glaube, auch ein Geheimnis dafür, dass Sie so positiv in die Welt schauen und die Welt auch so positiv wiederhören. Ich kann auch nur ein Beispiel nennen. Ich weiß, dass in vielen Häusern hier in Lippe Wolfgang Heinrich Bilder hängen. Auch wir beim Landesverband Lippe im Schloss Brake haben Bilder von Heinrich hängen. Und ich bin mir sicher, dass gerade in schwierigen Situationen, ich habe Bilder bei meiner Assistentin hängen. Und das finde ich so schön, wenn Sie auf Wolfgang Heinrich Bilder schauen, das müssen Sie mal selbst probieren. Wenn Sie mal drei, vier Minuten davor stehen, dann haben Sie ein positives Gefühl. Und das ist sozusagen ein Geheimnis von Wolfgang Heinrich, von seiner Malerei, dass er die schönen Seiten des Lebens malt. Die schönen Seiten der Landschaft. Es ist ein Landschaftsmaler par excellence, den wir hier für und in Lippe gewonnen haben. Und ich kann nur sagen, er wirkt auf den Betrachter. Und ich glaube, es geht mir, wie vielen hier im Raum, dass diese Wirkung umgebrochen ist, Herr Heinrich. Und dafür können wir Ihnen auch nur alle herzlich danken. Ich glaube, zu einem guten, leidenschaftlichen Maler gehört zum einen natürlich auch eine fachliche Expertise. Wer sich ein bisschen mit Aquarellmalerei beschäftigt hat, der weiß, der erste Strich beim Aquarell muss sitzen. Aquarell verzeiht keinen, in Anführungsstrichen, Fehler. Man kann es nicht korrigieren. Und Herr Heinrich ist ein Meister der Aquarellmalerei. Mit der Leichtigkeit, mit dieser Versiertheit, hier sozusagen seine Subjekte wiederzugeben, ist natürlich etwas Grandioses, von dem wir alle profitieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch der Blick, viel das Schöne. Wirklich. Ich empfinde, Heinrich zeigt uns die schönen Seiten des Lebens, die schönen Seiten der Landschaft, auch die schönen Seiten Lippes. Das muss man können. Und auch da, glaube ich, gehört das Auge dazu, dass Sie als Maler in der Lage sind, die schönen Seiten sozusagen zu finden und sie dann so zu Papier zu bringen. Diese Expertise, Herr Heinrich, haben Sie sehr früh gehabt. Sie haben Sie verfeinert. Sie haben Sie in unterschiedlichsten Phasen gezeigt. Sie waren nicht nur in Lippe unterwegs, aber auch in Lippe. Ich kann mich erinnern, bei einem Besuch bei Ihnen zu Hause konnte ich diese wunderschönen Bilder sehen, die Sie aus Bagdad gemalt haben. Also auch da ist Heinrich zu Hause. Und auch die haben eine Form von Lebensglück wiedergespiegelt, die wir, glaube ich, alle auch gerade in heutigen Zeiten sehr gut gebrauchen können. Sie selbst haben einmal gesagt, dass Farbzusammenstellungen, die Ihnen sehr wichtig sind in Ihren Kompositionen. Ich darf Sie einmal dazu zitieren. So, Wolfgang, Farben haben mir immer viel bedeutet. In Emil Neubes Bildern bewundere ich die Intensität und die Leuchtkraft der Farben. Mir geht es vor allem um die Reinheit und Transparenz der Aquarellfarbe, wobei ich aus den Originalfarben immer neue, der Stimmung angemessene Töne mische. So, Wolfgang Kainrich. Quelle Ihrer Inspiration, ich habe es schon eben erwähnt, waren sicherlich Ihre Reisen im In- und Ausland. Als jemand, der sucht, der sieht, der findet, der empfängt, glaube ich, haben Sie dort viele Inspirationen aufgenommen. Sie haben, wie ich es eben gesagt habe, in den 60er Jahren beispielsweise auch Vactat besucht. Sie haben hier wunderbare Skizzen mit nach Hause gebracht und wir kennen auch zahlreiche Radierungen. Wir verbinden Heinrich natürlich sehr stark mit der Aquarellmalerei, aber es gibt auch wunderschöne Radierungen von Wolfgang Kainrich. Also auch in anderen Bereichen sind Sie professionell unterwegs. Heinrich, ich habe es gesagt, ist ein Augenmensch, muss ein Augenmensch sein, ein Landschaftsmager par excellence. Die Arbeiten in seinem vielseitigen und komplexen, überwiegend Gegenstand zu überbezogenen Oeuvre sprechen die Sprache. Eines Künstlers, der eben mit viel Akribie, Ausdauer einer sicheren, unheimlich sicheren Handkunstwerke schafft, die eben ihresgleichen. Und ich finde, Sie erkennen einen Heinrich. Ich erkenne einen Heinrich, glaube ich, wenn ich gut gucken kann, sozusagen. Den erkenne ich von einer, der ist unverwechselbar, die Handschrift. Und das macht sie natürlich auch unverwechselbar in Ihrer Malerei. Sie machen Kunst, wie soll ich sagen, Kunst um der Schönheit willen. Auch das tut, glaube ich, gut in Zeiten, wo Sie immer wieder viele Themen über die Kunst transportieren wollen. Heinrich will nur Schönheit, das Positive transportieren. Und die Wirkung ist auch dementsprechend, ich kann das nur für mich sagen, Heinrich kann man nur mit positiven Gefühlen betreiben. Lassen Sie mich dazu noch etwas sagen, was Paul Cezanne gesagt hat. Die Kunst ist eine Harmonie, die parallel zur Natur verläuft. Ich finde, dass diese Aussage auch sehr, sehr gut auf Sie, lieber Herr Heinrich, passt. Die Einführung zu Ihrem Werk erfolgt jetzt durch Herrn Wolfgang Stückemann. Herr Stückemann, ich glaube, es muss eine Freude sein, jemanden so lange begleiten zu können, aber auch die Möglichkeit, zu einem Fachmann zu werden. Ich weiß, dass Sie natürlich versierter Jurist sind, aber mittlerweile mit Sicherheit auch ein sehr versierter Heinrich Kenner. Deshalb freue ich mich auch gerade über Ihre Einführung in das Werk. Ich kann nur sagen, aus der Perspektive des Landesverbandes Lippe, dass ich meine Vorgänge, allesamt, Gott sei Dank sind auch noch ein paar hier, noch mal herzlichen Dank sage, dass Sie Heinrich immer wieder hierhin geholt haben, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten können, dass ich noch sicher bin, dass wir viele Begegnungen mit Ihnen haben, Herr Heinrich, und darauf freue ich mich besonders. Ich sage aus der Perspektive des Landesverbandes Lippe, Herr Heinrich, liebe Frau Heinrich, herzlichen Dank für das, was Sie uns gegeben haben. Dankeschön. Dass das alles möglich war, verdanken Sie auch in Ihrer Wegbegleiterin Frau Heinrich. Ich weiß, dass Frau Heinrich jetzt vor kurzem auch Geburtstag hat. Frau Heinrich, ich werde das jetzt nicht nennen, weil das kann ich ja. Also Sie stehen beide, sind jetzt 90 geworden. Ich finde, das ist das beste Zeichen, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und mit so viel innerer Anteilnahme, mit so viel Freude, dann hält das jung. Dafür sind Sie das beste Beispiel und einen kleinen Frühlingsgruß für uns. Ich sage noch einmal herzlichen Dank auch an Sie, Frau Heinrich. Applaus Ich sage noch einmal herzlichen Dank auch an Sie, Frau Heinrich. Und da, wie Sie sie, Frau Heinrich, wunderst du gerne mal herzlichen Dank.